Hallo und herzlich Willkommen zur 167. Folge der Western Front Armies. Wir spielen wieder Wehrmacht 4v4 und wir spielen zusammen mit Kalisto 1.1.2, Efnus und beide Wehrmacht und Frontschwein 1944, OKW. Wir spielen gegen dreimal Sowjets, einmal USA und zwar Geo... was? Geo of Who Lives at Home oder so? Keine Ahnung. Geo of Who Lives at Home, das hört sich irgendwie bescheuert an. Naja, Aeros und Barrier und USA spielt Iron Mancha Negra. Boah, der spielt auf jeden Fall hier wieder mit Kübelwagen und so. Mein Lieblingsfahrzeug. Tch, ich hasse dieses Teil. Wir haben auf jeden Fall Wehrmachtspieler. Kalisto. Gut zu wissen. Gut, 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 gut. Alle noch am Laufen, alle noch am Machen. Ja, Doktrin. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir die Abwehrdoktrin nehmen werden. Denn, erstmal werden wir wohl ein bisschen abbauten. Kann ja sein, dass wir sie vielleicht... Wow, ist der aggressiv. Vielleicht brauchen wir die gar nicht unbedingt. So, jetzt nochmal schnell ein MG. Ja, das ist bitter. Das ist wirklich bitter, dass er den hier schon festbinnt. Das ist fies. Naja, gucken wir mal. Lü, 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 lü. Macht Henne, Jungs. Seid noch am Laufen. Oh, das kann ein ganz schnelles Spiel wieder werden. Aber ich glaube, wir werden doch echt die Abwehrdoktrin nehmen. Einfach um zu gucken, dass wir hier vielleicht eine Mette das nutzen können. Wenn ich das richtig höre, macht er das hier vorne. Ja. Schießen weg. Schieß, schieß, schieß. Na. Noch mal ein bisschen ran. Scheiße. Das ist jetzt nicht nett. Na, so wenig wie das hier. Lü, lü, lü. Oh, Gott, das blöde MG. Das braucht noch ein bisschen. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Oh, oh, oh. Na, hier kommt man da so hin. Lü, lü, lü. Da legen sie einfach eine Mine hin. Die Saftsäcke. Die Saftsäcke. Na. Schade. Okay, da müssen wir aufpassen. Da, wo die eine Leiche liegt, dürfen wir nicht unachtsam einfach hinlaufen. Kann man nicht die mal irgendwie von hinten angehen? Das wäre doch mal schön. Dum, dum, dum. Ja, das war jetzt doof. Da haben wir jetzt zu lange gewartet. Fühlt schon lange. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, das mit der Mine war zwar fies, aber jetzt nicht ganz so schlimm. Okay, wir haben es aber nicht gekriegt. Aber egal, die auf der anderen Seite sind sehr gut durchgekommen. Wir gehen jetzt mal zacken. Und die mal auslösen. Auslösen. Die eine. Komm schon. Komm schon. Schneller. Schneller, schneller, schneller. Und natürlich jetzt damit halbwegs zweizukämpfen. Wir werden da aber gleich wieder unterstürzen. Komm schon. Komm schon. Schön runter. Genau. So. Okay. Und mal gucken. Ich will jetzt einfach mal hier rüber gehen. Popopopopo. Au. 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 Nee. Ich habe keine Lust drauf. Ah, der geht jetzt hier hin. Und puff. Tschüss. Aha. So ein bisschen verarscht haben wir ihn schon. Aber wirklich nur so ein bisschen. Ne, 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 ne. Bleiben denn die anderen? Sie sind da. Na, super. Super. Holt euch mal Waffen. Boopopopopopo. Das hat doch noch da, der Saftsack. Ich dachte, der sich da wegbewegt. Okay, die müssen wir jetzt mal ganz weit zurückziehen. Die Infanterie kann nun gräben zur Verstärkung von Stellung und Graben. Dass die da jetzt nicht noch drauf gehen. Gott, oh Gott, oh Gott. Glück gehabt. Da haben wir echt ein bisschen Glück gehabt. So, die werden jetzt mal versuchen, da durchzugehen. Die nehmen das ein. Also die Pios. In die Richtung Siegpunkt. Weil wir uns vorher mal Kampfmittel holen. Nein. Doch. Kampfmittel. Das ist richtig. Bum, bum, bum. Scheiß MG. Scheiß MG. Oh, wie bleibt denn das? Bisschen wir da runter. Was ist da? Da sind sie doch schon. Bum, 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 bum. Ne, was ist das? Was ist das? Okay, nächste Zielstufe. Da gucke. Da sind schon Minen. Okay. Hab nach vorne. Scharfschützen. Ganz oft. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ja, shit. Und auch immer die da jetzt so doof gelaufen sind. Aua. Da drüben, Jungs. Da drüben. Ah, die da. Okay. Die sollte er ja abgefangen haben. Oh, fuck. Aua. Ja. Da kann man uns genauso zurückziehen. Da, 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 da. Nächste T-Stufe ist gleich beruhig. Das ist auf jeden Fall super. Das ist richtig super. So. Komm. Einer, ballern. Zackig, zackig, zackig. Da oben kommt was. Da kommt doch schon was. So, ihr baut mal bitte Panzer-4-Gebäude. Ich will Panzer-4-Gebäude haben. Und wir werden hier vorne gleich mal echt runter setzen. Mir reicht das jetzt nämlich ein kleines bisschen. So. Hier kommt auch hierher. Ah, super. Die haben sich jetzt die Mitte endlich gecrullt. Das sieht doch jetzt mal gut aus. Wenn der Bunker fertig ist. Boah, auf jeden Fall hier eine kleine Verteidigung. So, dann könnte man sich eigentlich überlegen, hier auch noch eine Verteidigung hinzusetzen. Erstmal werden wir, glaube ich, hier... So. Achso. Wir brauchen ein bisschen länger. Die brauchen ein bisschen länger. So. Panzer-4-Bäude braucht noch die Tech. Ja, wir brauchen noch einen Treibstoff. Treibstoffi. So. Jetzt wollen wir hier noch einen Bunker setzen. Ja, wir machen mal wirklich mit wenig Truppen diesmal. Mehr mit Bunkern und Konsorten arbeiten. Ja, guck mal hier. Können die alle mal bauen. Da-da. Zack. So. Jetzt geht man hier rüber. Ja, jetzt haben wir das natürlich schon wieder verloren. Bitte was? Bitte was? Ja, kommt schon. Sie haben uns eingekreist. Na los. Oh. Haben wir mal den ganzen Tropflatt gemacht. Aber... Was ist das? Komm schon. Bewegt euch endlich. Oh. Ja. Jetzt haben sie doch noch ganz übel getroffen. Zack, zack, zack. Okay. Naja. Da kommt zu viel. Da kommt viel zu viel. Was ist denn jetzt los hier? Leck. So. Nein, 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 nein. Gott, das wäre ein bisschen des Wahnsinns. Wir sind ja nicht wieder... Äh, ja. Ja. Ja, ja, ja. Panzer 4. Eindeutig Panzer 4. Und er muss da jetzt vor allen Dingen zusehen. Ist er das irgendwie... Einigermaßen bedürftet. Ja, ja, ich hab das schon gesehen. Hab das schon gesehen. Uäh. So. Und tschüss. So, dann können wir jetzt eben nochmal hier schnell einen Heilbunker bauen. Komm schon. Du, du, du. Der Bunker hat's gerissen. Denke ich. Komm schon. Komm schon. Heilung. So, was ist jetzt hier mit dem Panzer? Der ist auch gleich soweit. Das ist doch schön. Können wir mal sagen, warum das gerade so leicht am Lecken ist? Was das soll? So. und so schön hier anbieter Prozent 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 wobei die hier schon gebraucht werden und sollte es scheiß drauf und uns jetzt mal eben hier drum üblich büblich büblich so lange willst du jetzt hier noch bleiben und der Sonne sind lange meiner Meinung nach ist ein sehr lang und schon der ist dann mal weg ich und ich habe gerade gar nichts rumzukehren und sie mir und können sie nicht nur ja so viel dazu guck dir an da kommt der Ani mit Paketen du 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 mach das mal weg da das böse Zeug hallo so jetzt würde ich gerne noch auf unsere Truppen warten hier sieht noch alles gut aus kommt schon schneller 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 so würde war es aber was soll denn das denn jetzt ist klar scheißegal so könnte mal eben eine granate reinjagen macht das mal weg ich bin schön da fu da fu da fu oder mich verarschen ne verpiss dich mal verpiss dich mal eu eu ja was ist das für ein scheiß da kriegen wir das noch hin das wär ja gut ins mutter spüren gehen okay so viel zum thema von hinten kommen unsere bunker nerven wollen das ist aber hier nicht nett okay das war jetzt nicht ganz so schlimm du fährst mal wieder hier rüber ein hin und her gerade ein hin und her gerade so wir sollten uns auf jeden fall mal die haben ja so ein scheiß geld gerade eigentlich müssten wir das echt mal umsetzen meine güte kommen wir holen uns das mal noch mal pioniere und bauen wir jetzt noch mal massig treibstoff 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 ich würde ja eigentlich den mal reparieren aber haben gerade nichts was ist denn da los da war sie da war sie ouch da drüben noch mal unten rum unten rum naja immerhin den punkt haben wir jetzt auch den bauen wir jetzt mal schnell hier wirst du mal kämpfen wird hier sehr verbunden so wäre ich dir wirklich sehr 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 verbunden dann müssen wir schon aufpassen leben ist das da genau das wir sind schon fertig sag mir das doch einmal was ist denn hier los tschüss aber mal ganz schnell tschüss vor er ja 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 sie sind ja schon fast durch hier und man könnte da jetzt mal irgendwie vernünftig gegenhalten halten tschüss die verpassen sich mal ganz schnell man mann mann wir machen uns ganz schön zu schaffen hier gerade schon wenn man da eine granade ist schon mitgekriegt jetzt kommen sie doch von hinten die schweinis und jetzt ein großer trip von uns kollegen aber hier auch ganz schön fiese gegner ok schon weg da oh das haben wir wow was geht denn hier ab hallelujah sind auch immer noch am reparieren können uns aber jetzt einen panther holen so die sind auch durch nett das ist doch mal nett da gehen wir mal irgendwie was im arsch drücken komm schon komm schon sauber wollte er noch abhauen so ja wohl nicht hier ok das schaut doch jetzt mal echt gut aus dün 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 auf zu laden laden ist scheiße da also mach dir mal weg mach dir mal weg so die sollten wir jetzt nicht unbedingt das problem sein so langsam haben wir doch eine gewisse übermacht okay gib mal gas oh 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 tschüss einfach mal da durchheizen und hier mal nerven und bom bom na na fällt euch das gefällt euch das oh was geht denn hier schon wieder was geht denn hier schon wieder wo ist denn okay nochmal raufhalten äh da und schon und schon oh wieso ist denn da jetzt drauf gegangen scheiße ach da ist noch ein jackson ein jackson panzer könnte den oh wie hat er die jetzt einfach überfahren ob er die einfach überfahren der sagt ja der hat den überfahren der penner er hat er und 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 um und um und brauchen wir doch nochmal hier irgendwie ein paar mehr Truppen so halt, das war falsch ah nee, Truppen brauchen wir gerade mal nicht wollen nämlich hier eine Pack bauen so jetzt mal ganz schnell von hinten ran ganz schnell ja der war gut ah scheiße das wird nett das wird nett ähm, ok das ist ja mal übel ja, machen wir mal Sektor Artillerie irgendwann mal so, einmal hier rüber doch noch drei Fahrzeuge zwei, zwei Fahrzeuge verloren schon und schon sehr gut er macht natürlich schaden an dem und schon kommt schon und schon sehr gut sehr sehr gut wir haben sogar nicht schön scheiße kommen sie jetzt ja mich verarschen will er mir verarschen komm schon komm schon komm schon haut wenigstens einen raus nicht mal den einen rausgekriegt ok es ist zu statisch die Verteidigung ist einfach zu statisch muss man mal sagen wie es ist wir kriegen es nicht hin hier tja jetzt sollen wir dazu sorgen sind gerade ein bisschen gekniffen und das Problem ist dass die jetzt auch auf langer Sicht hier irgendwie nicht klarkommen scheiße die hätten nicht die ganzen Panzer verlieren dürfen ich glaube Verteidigungsdoktrin ist einfach zu statisch das ist zwar blöd dass dadurch einfach nicht ja auch wirklich nicht zu gebrauchen ist was willst du machen was willst du machen dann können wir wenigstens versuchen also da hat natürlich jetzt die Pack auch noch belegt da können wir auch kein naja dass man auch nicht mal das Ding dann irgendwie auf dem gegnerischen Territorium legen kann das Sperrfeuer das ist ja auch die ganz super naja bum 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 okay jetzt geht es aber los hier ich bin mir auch gar nicht sicher ob das jetzt nicht auch auf den Teamkollegen gehen könnte naja irgendwie kommt das schon relativ gezielt dahin wo wir es hingeschickt haben das ist ja immerhin etwas bum 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 hmm drumherum wäre vielleicht noch ja wobei der bringt nur gegen Infantrientstrukturen angeblich dich ist denn blöd so was ist denn jetzt mit dem Grün kommt er jetzt nochmal nach vorne puh und wir müssen na oh 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 Au. Alter. Yo. Ist gleich doppelt drauf gekommen. Ja, jetzt haben wir alles verloren. Jetzt ist es quasi wirklich scheiße. Aber das war gerade übel. Das war gerade echt schon übel. Was wir jetzt alles an Verlusten schon eingefahren haben. Wahnsinn. Puh. Puh, puh, puh. Tja. Ich würde sagen, jetzt haben sie uns. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir da jetzt noch wirklich gegen anstecken wollen. Ich meine, wir probieren es natürlich noch. Aber. Ja. Ein bisschen viel hier alles. Hm. Da noch mal hin. Ja, ich würde mich ja gerne anstrengen, aber hier haben kaum noch Munition. Was ein kleines Problemchen ist. Irgendwie so. Der Grüne war auch nicht gespielt. Finde ich jetzt so. Mag jetzt aber auch falsche Einschätzung sein. Interessant. Da ist noch... Ja. Genau, das ist das Problem. Weck da. Weck da. Ob das zwillen. Ist so, wenn das war, sonst. Na. Jetzt ballert sie doch mal weg, Mensch. Ah, letzten 32 Punkte. Ja, jetzt sind sie drüben auch noch mal richtig am durchraschen. Ha-ching. Ist was übelst abgeprallt. Aber das ist nicht mal abgeprallt. Äh, ja. Was war unser MW? Was ist denn da hinten noch? Ja. Okay. Jetzt ist wirklich over. Schade. Na Gott. Versuchen jetzt einfach hier nochmal ein bisschen was wegzuhauen. Was irgendwie geht. Ist egal. Wir brauchen nichts sehen. Irgendwie. Was haben sie aber ganz gut gemacht. Die war aber auch relativ ausgeglichen. Oh hä. Wir haben auch was bekommen. Äh. Das haben wir aber schon. Mann, oh. War aber trotzdem ein schönes Spiel, finde ich. Synchronisationsfehler am Ende noch. Oh man. Da bin ich ja mal punkte Karte mäßig gespannt. Ja. Synchronisationsfehler gleich Bugsplash, wie immer. Ja. Naja. Gut. Dann ist das halt so. Sorry. Punkte Karte ist halt nicht da. Ich hoffe trotzdem, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Spiel. Auf bald. Dann ist das halt so. Und ja. 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 Und ja. Dann ist das halt so. Dann ist das halt so.